Meine Spezialisierung geht dann in Richtung, das auf den Leib zu beziehen, sodass es nicht abgehoben wird, sodass beim Vortrag, beim Reisen, beim Essen, bei was auch immer, Diskussion, diese leibliche Komponente nicht übertrieben, sagen wir, eingesetzt wird als getrennt von der Seele und Geist, also als eine Maschine in Fitness oder Maschine in der Arbeit oder Maschine in der Mode oder die sie wiederum nicht ganz vernachlässigt wird, wie bei Denkern, die dann gebückter in den Boden schauen und nur noch die großen Probleme wälzen im Kopf. Also ich glaube, es ist genug gesagt worden und ich wünsche euch, jetzt mal richtig etwas zu geben, Schluss machen. Es war schon schwierig für mich, das in drei Sprachen zu machen. Leute, ich muss das abschließen mit dem Körper, sonst werde ich nicht abschließen können. Ich muss das abschließen, weil ich mich nicht abschließen kann. A new part of day is beginning. I want to eat something and run a little bit and then publish this in internet. Končím, jo. Teď jsem si to povídal, až jsem se do toho úplně zabalil, jo. Ale bavilo mě to, protože se mi to bylo vyjádřit to, co jsem chtěl. Potom jsem tady jako už měsíce půl v té Praze se zupřesnul toho okolivu fitness trenéra a viděl jsem, jak to tak všechno vypadá a někdy to na mě leželo. Už jsem chtěl, že tuhle tu kvalitu potřebuje tady kvalitu spojení těla a duše, jo. A vzdělání, jo. Tak, teďko chci zaběhat, něco smíst a pak to dát do internetu, čili přidávám taky...